Musik 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 Heute stürzen wir uns kopfüber in die atemberaubende Welt der Rennspiele. Hallöchen Rennsportethysasten und Geschwindigkeitsfanatiker. Und ein Hallöchen an alle Phönixkatzen und Phönixkater da draußen. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Video. Ich bin Philipp Nicodem. Und wenn es um Rennspiele geht, gibt es eine Bandbreite an hyperrealistischen Simulationen, die jeden Unebenheiten der Straße spüren lassen. Bis hin zu aufregenden Arcade-Erlebnissen, die die Grenzen von Spaß und Chaos ausreizen. Aber was ist es, das unsere Herzen schneller schlagen und unseren Puls in die Höhe treiben lässt? Es ist der Adrenalinrausch. Der Nervenkitzel, der Verfolgung und die Befriedigung, die Strecke zu beherrschen. Ob du jetzt ein Simulationsfanatiker bist, der die Authentizität des echten Rennsports liebt, oder ein Arcade-Liebhaber, der sich in der reinen Freude am Chaos erfreut. Es ist für jeden etwas dabei, in der weiten Welt der Rennspiele. Im Bereich der Simulation haben wir Titel, die die Physik und Dynamik des echten Rennsports akribisch nachbilden können. Sie sind ein Spielplatz für die präzisen Fahrer, die nach der Authentizität jeder Kurve und jedes Gangwechsels streben. Mario Kart hingegen ist einfach dafür da, langjährige Freundschaften zu beenden. Oder mit deinem Freund oder Freundin Schluss zu machen, ohne zu sagen, ich trenne mich jetzt von dir. Aber lasst mich euch sagen, es gibt einen besonderen Platz für die Adrenalinsturzenden, Nervenaufreibenden und einfach verrückte Welt dieses Arcade-Racings. Wenn es um die Könige der Arcade-Racer geht, gibt es ein Spiel da draußen, das so wild ist, wie eine Katze, die sich gerade erschreckt. Wreckfest Dieses Spiel hebt sich deutlich von den anderen Arcade-Racing-Spielen ab und gibt uns eine unvergleichliche Dosis reinen unverfälschten Spaß. Das war's. 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 Ich glaube, ganz ehrlich passieren Situationen, die so actiongeladen sind, als würde man sich Mad Max Fury Road mit 20 Energydrinks im Blutkreislauf anschauen. Denn ein Kernstück von Wreckfest ist zweifellos seine einzigartige Fahrphysik. Hier geht es nicht nur um Gas geben und Lenken, nö, hier geht es um das Gefühl, wie sich jedes Fahrzeug auf der Strecke bewegt. Die Fahrzeuge reagieren wirklich auf jede Lenkbewegung mit einer Präzision, die euch das Gefühl gibt, den Belag unter euren Reifen zu spüren. Da sollten sich mal einige Simulationsrennspiele ne Scheibe von abschneiden. Das Besondere an Rackfest ist nicht nur der Rausch und die Kontrolle der Geschwindigkeit. Rackfest hebt sich von anderen ab, indem es realistische Kollisionen mit einem unterhaltsamen Touch vereint. Das Schadensmodell ist wirklich so ausgeklügelt, dass jeder Aufprall nicht nur visuell beeindruckend ist, sondern auch taktische Auswirkungen auf das Rennen haben könnte. Von allen Dingen der Eagle R. Der wird nämlich zum störrischen Esel aus Steroiden beim kleinsten Kratzer. Plötzlich erlebt ihr einen Zirkusnummer auf vier Rädern. Ein verwirrter Flamingo aufn Einrad, als ob ihr ein betrunkenes Faultier, das sich abgeschossen hat, weil seine Frau mit seinen Kindern vor drei Tagen abgehauen ist und einen Wiesel mit dem Namen Rochelle kennengelernt hat, einen Rumba beibringen wollt. Hier, meine lieben Phönixkatzen und Kater, geht es nicht nur darum, als erstes die Ziellinie zu überqueren. Es geht darum, stilvoll und unbeschadet durch das Chaos zu navigieren oder selbst DAS CHAOS zu SEIN. Von staubigen Offroad-Kursen bis zu zermürbenden Arenen in Form eines Wurmmauls. Hier gibt es für jeden Geschmack das passende Terrain. Lasst uns durch staubige Baustellen düsen, uns durch dichte Wälder schlängeln und auf atemberaubende Hochgeschwindigkeitsstrecken unsere Runden drehen. Jede Strecke hat ihre eigenen Charme und ihre eigenen Herausforderungen. Einige Strecken bringen uns an die Grenzen der Schwerkraft. Mit Sprüngen und Loopings geht es um den Nervenkitzel des Unmöglichen. Ich sage euch, diese 45 Rennstrecken mit insgesamt gesehen 115 verschiedene Routen oder Variationen sind die Bühne für super epische Rennmomente. Wreckfest bringt nicht nur eine riesige Auswahl an Strecken, sondern auch eine beeindruckende Auswahl an Fahrzeugen mit sich. Von brachialen Achtzylinder bis zum robusten Geländewagen. Hier gibt es Fahrzeuge für jeden Geschmack und jeden Fahrstil. Insgesamt sind es 50 Wagen, die ihr wählen könnt im Base Game. Und wenn ihr die DLCs auch noch dazu holt, sind es 82 verschiedene Wagen, die ihr auswählen können. Also bei so vielen Autos möge man jetzt vielleicht davon ausgehen, dass einige davon sich ähnlich anfühlen oder einige davon sich gleich fahren lassen. Aber nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Jedes Fahrzeug hat seine eigene Stärken und Schwächen. Ob ihr nun den Asphalt in einem wendigen Kleinwagen zerreißt, mit einem Monster Truck über die Strecke donnert oder eure Verstopfungsprobleme mit auf die Strecke nehmt. Jeder Wagen lässt sich mit einem komplett anderen Fahrgefühl über die Rennstrecke heizen. Aber hier hört die Vielfalt nicht auf. Wreckfest ermöglicht euch, eure Fahrzeuge nach euren eigenen Vorstellungen anzupassen. Ob ihr jetzt eure Wagen upgradet, um einen bestimmten Geschwindigkeitswert zu erreichen oder entsprechend ihr eure Federung tiefer legt oder höher legt, je nachdem was für eine Strecke ihr fahrt. Alles möglich anzupassen. Zudem könnt ihr zusätzlich auch noch Lackierung, Aufkleber und das optische Aussehen eures Wagens anpassen. Also lasst euer Kreativität freien Lauf und gebt jedem Wagen eure Identität. Jeder Rennen-Enthusiast findet hier nämlich das passende Gefährt für sich, um seine Runden zu drehen. Oder auf Beutejagd zu sein. Apropos Beutejagd. Haltet euch fest, denn hier kracht es gewaltig. Einer der Säulen, die Wreckfest zu einem wahren Arcade Phänomen macht, ist die Kollisions- und Zerstörungsphysik. Hier geht es nicht nur einfach darum, ein paar Dellen und Kratzer im Wagen zu haben. Nein, hier kann jedes Rennen dich zu einem abstrakten Kunstwerk werden lassen. Die Entwickler von Bugbee Entertainment hatten ganze Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass jede Kollision nicht nur visuell beeindruckend ist, sondern auch leicht spülbare Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat. Das ist nicht nur Zerstörung. Das ist taktische Fahrzeugkriegsführung. Manchmal geht es nicht nur darum, als erster die Ziellinie zu überqueren, sondern auch darum stilvoll, mit einer beeindruckenden Show seinen Gegner von der Strecke verschwinden zu lassen. Oder selbst möglichst grazil aus dem Leben zu treten. Jede Kollision ist eine Möglichkeit, sich in Szene zu setzen. Die Rennmodis, in denen ihr euch austoben könnt, lernt ihr alle im Karrieremodus kennen, indem ihr neue Autos und Autoteile für eure Garage freischaltet. Banger Racers, Team Banger Racers, Elimination, Last Man Standing, Deathmatch und Team Deathmatch stehen euch zur Auswahl, in denen ihr euch austoben könnt. Aber jetzt mal ehrlich, wer braucht schon Singleplayer? Was gibt es denn Besseres als Rennfieber mit Freunden und anderen Spielern auf der ganzen Welt zu teilen? Richtig! WEE. Der Multiplayer-Modus von Rackfest ist wie eine wilde Partie, zu der jeder eingeladen ist. Aber man darf nur auf die Partie, wenn man ein vollautomatisches Maschinengewehr dabei hat und diese noch am selben Abend nutzen wird. Ich kann sogar nach Verkehrsregeln formen, ich bin so krass. Es gibt viele verschiedene Arten von Servern. Clean Racing, Semi-Clean, Dirty Racing, No Rules, nur Oval, nur C-Klasse, nur A-Klasse etc pp usw usf. Auch hier kann man sich austoben und ausprobieren. Und für alle, denen das immer noch nicht genug ist oder bereits alles aus Vanilla kennen, dafür gibt es auch für den Multiplayer eine Lösung. Und wovon rede ich? Natürlich von der Modding-Szene in Rackfest. In Rackfest ist die Modding-Szene aktiv. Egal ob ihr auf verrückten Strecken fahren wollt, die von der Community kreiert wurden oder in einem komplett neuen Fahrzeug über die Rennpiste düsen möchtet. Leute wie The Very End, Mac Kent, Vin Petrol, Sam 223, Noodle the Spacebar Rider und viele andere ermöglichen es euch. Hier ein kleines Beispiel. Wir haben einen eigenen Server. Phoenix Plays No Rules. Darauf laufen drei Mods. The Very Track Pack, The Very Track Pack 2 und Spicy Bangers Car Pack. Alleine diese drei Mods bedeuten, dass wir 118 Strecken mit insgesamt 341 Routen und 31 Demolition Derby Arenen sowie 12 neue Autos, seitdem dieses Video draußen ist, auf unserem Server besitzen. Pardon, inzwischen sind es sogar 13. Diese Mods wurden zuletzt im Zeitraum Ende 2023 und Anfang 2024 aktualisiert. Wer weiß, was da noch alles kommen mag. Soweit natürlich kein Rackfest 2 erscheint. Das Mod von Rackfest ist übrigens überhaupt nicht kompliziert. Hier oben links in der Infokarte findet ihr tatsächlich ein Tutorial Video, wie ihr nämlich Mods installieren könnt und in die richtige Reihenfolge bringen könnt und dann nämlich auf unseren Server schauen könnt. Shoutout übrigens an Zündkerze. Vielen, vielen Dank für Sponsoren für unseren Rackfest Server und auch noch Shoutout an HeyDrouter, der nicht nur den Kontakt zur Zündkerze hergestellt hat, sondern entsprechend auch ein Skript geschrieben hat für Serverbesitzer. Die in der Lage sind, dann nämlich ganz, ganz schnell eine random generierte Rotation für ihre Streckenauswahl auszuführen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Also vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Ja, auch Rackfest hat Macken. Das gebe ich zu. Falls ihr zum Beispiel bei den Mods oft Abstürze habt, müsst ihr das Gras in den Optionen ausstellen. Die Deformationen sind nicht serverseitig und somit hat man verschiedene Ergebnisse, wenn man seine zerstörten Wagen anderen präsentiert. Crossplay wird so gut wie gar nicht unterstützt und wenn man einen Server joint, lädt man nicht automatisch die Mods in richtiger Reihenfolge runter, sodass man sich um die Installation und richtige Reihenfolge kümmern muss, damit man einen Server mit Mods joinen kann. Aber nichtsdestotrotz, Rackfest ist für mich das wohl beste Arcade Racing Game auf dem Markt und hält diesen Platz seit 2014 in meinem Herzen. Ich liebe dieses Game. Hier habt ihr die Möglichkeit Autos zu zerschrotten wie sonst was. Oh Gott. Ich lebe als verdammt. In den zarten Akkorden der Motoren, einem kraftvollen V8, erhebt sich ein majestätisches Lied. Die Physik der Kollision und Zerstörung verschmilzt harmonisch und stillt den uralten Drang nach Verwüstung. Ein Wohlklang ergießt sich, wenn das Metall in schrillen Tönen aufschreit, die Karosserie entfaltende Poesie und das Nachspiel eines Rennens, das oft eine Geschichte von Leid und Zerstörung in seinen Strecken trägt. Ein solches Schauspiel findet man in keinem anderen Arcade Rennspiel. In jedem Aspekt, in jeder Kurve und in jeder Kollision zeigt Rackfest einfach, dass es das beste im Arcade Rennspielgenre ist. Ich hoffe ihr seid genauso begeistert wie ich meine lieben Phönix Katzen und Kater da draußen. Also Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo mit Klick auf die Glocke. Wir werden noch viele weitere Games unter die Lupe nehmen. Ihr habt ein Spiel, das ihr empfiehlt? Dann schreibt es mir doch in den Kommentaren. Und wen das Video noch nicht genug ist, kann gerne beim Livestream auch auf Twitch vorbeischauen. Da findet jeden Mittwoch um 18 Uhr und jeden Sonntag um 20 Uhr statt. Da könnt ihr übrigens jedes Mal sogar etwas gewinnen. Vielleicht schlägt dir YouTube ja gerade ein richtig cooles Video vor. Sofern ich bis dahin ein neues produziert habe natürlich. Vergesst nicht! Bleibt so geil wie ihr seid! Hauze!